Ich muss ernsthaft jetzt wieder da durch Was gibt es denn hier noch? Wartet mal, wir gucken mal Ich brauche unbedingt ein Trikot, ansonsten ist es scheiße Das ist ja schon wieder so ein scheiß Monster hier Kann der Typ springen? Oh toll Dreh doch die Cam Hä? Ja, aber wie soll ich denn hinten das wegnehmen jetzt? Komm, 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 wir müssen ihn hinschmeißen, glaube ich Vielleicht sogar runterschubsen Ich versuch's mal, komm, 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 komm Los Scheiße Scheiße Oh fuck Schon verdammt geil gemacht, Leute, ganz ehrlich, Mann So war's jetzt Hui Cool So, Digga, wie kommen wir jetzt da rüber? Du musst jetzt wieder springen, ne? Da müssen wir jetzt wieder rüber Musst rüberspringen, Digga Isau Was macht er jetzt da? Warum springt er nicht jetzt einmal? Was macht er jetzt da? Warum springt er nicht jetzt einmal? Warum auch immer Vielleicht, weil ich nicht auf dem Rücken sitze Nicht drehen, nicht drehen Warum kann ich denn jetzt keine Befehle geben? Isau Warum kann ich denn jetzt keine Befehle geben? Ist er vielleicht da runter? Okay Komm, den Sprung schaffst du auch noch, Digga Na komm Als sind es nicht zusammengebrochen, wer jetzt bei der Masse Komm, komm, halt Muss ich wieder hoch, aber Er schafft es schon wieder nicht mit seinen Kommandos hier Das kriegt er schon wieder nicht hin Ist zu krass alles Wow, 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 wow Kolosseum hier, oder was? Die kommen doch gar nicht hier hoch, oder? Braucht ihr doch gar nicht mit runter, oder? Erstmal niesen, Digga Sorry Na man, nur platt, da ist doch einer Komm, zieh'n Speer raus Weil er verletzt ist, oder was? Achso, weil der Typ da ist Kein Problem Oh, ja, wird angegriffen Wie fies ist das denn? Warte, ich muss ja vier drücken Oh, die tun denen voll weh, ey Ist ja mal voll fies Jetzt mach'n platt Komm, haus' um Ho, ho, ho Mach'n platt Okay Okay Ja, und jetzt so? Setz' mal hier hoch, oder was? Wo müssen wir jetzt hin? Oh, warte mal, hier liegt was Ah, Leckerli Digga, warte mal, ich werf's dir mal rüber Oh, der muss sich mal wieder beruhigen, ey Digga, die sind doch schon tot Kollege, komm mal her Ich muss mal kurz mal streicheln Sonst beruhigt er sich nicht Okay, das hat er jetzt So, jetzt komm mal her Guck mal hier Guck mal hier, was ich für dich habe Guck mal her Da War nicht ganz geklappt, Digga Was ist denn nun los? Zu hart, oder was? Na komm, ich So, jetzt müssen wir mal gucken Ich glaub, dass wir hier raus müssen Aber der hat es nicht ganz gepeilt Wir müssen, glaub ich, hier hoch Weil hier draußen war doch was, wo man hoch konnte, ne? Und ich glaub, dass wir hier hin müssen Aber der Kollege muss mitkommen und muss sich hier auftürmen Komm her Komm her Komm her Muss dich hinstellen, los Muss schon ganz rauskommen Digga, du musst schon ganz rauskommen Ansonsten wird es nix Und jetzt musst du dich hier hinstellen Hier Rico Warum peilt er das jetzt schon wieder nicht? Jetzt komm mal her Dreh dich doch mal Der Trico riecht mich richtig auf, Mann Der ist so schwer von Begriff, der Typ Oh scheiß Der peilt gar nix Komm da hoch jetzt Dreh dich doch mal jetzt Der muss sich drehen Na endlich So und jetzt hier hoch Hier hoch, nein Ich werd echt wahnsinnig Ich werd echt wahnsinnig Ich glaub da oben da ist irgendwas, aber gut Man kommt halt nicht hin Ich glaub da oben müssen wir hin Aber gut Mal hier irgendwo durch Willst du da was aufmachen? Hm Das ist so ein Ding, das müssen wir rausziehen Irgendwie Aber wie komm ich da rein? Wie komm ich da rein? Kann ich mich hier irgendwie ranhängen oder so? Komm mal noch mal her, Bruder Der peilt gar nix Komm mal her Jetzt machen wir was hier Komm 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 So, aber was bringt mir das jetzt? So, aber was bringt mir das jetzt? Was bringt mir das jetzt? Wo soll ich jetzt damit hin? Ich glaub wir müssen Der muss sich da irgendwie da hochschmeißen Glaube ich, ne? Was? Halt der 1 gedrückt? Was stand da gerade? Mann Warte mal, ich glaub wir müssen das erstmal Warte mal kurz Warte mal kurz Digga, warte mal kurz Ich muss das erstmal nochmal hinschieben Geh mal weg Ich muss das in die Mitte schieben Ich muss bestimmt dich jetzt in der Mitte hier hochkatapultieren lassen Wenn der Kollege hier mal weg geht So Hochklettern bitte Halte einfach nur den bewegenden Jungen Um den Tier Befehle zu erteilen Ja und jetzt? Hau mal drauf jetzt hier Er muss jetzt hier draufhauen Das macht das, oder? Komm, hau drauf Lol Ha Geil Boah, ich glaub das ist schon richtig so, glaub ich Bisschen vielleicht nochmal ein bisschen Warte mal Ist noch ein bisschen mittig vielleicht Bisschen so hier vielleicht Komm nochmal Komm nochmal Komm Digga Na los Er ist der krasseste Typ, den ich kenne Ich kenn keinen krasseren Ich brauche die richtige Stelle zum raushauen Jetzt bin ich doch mit dich So, jetzt komm Jetzt hau mal drauf hier richtig Jetzt hau mal richtig drauf Komm Jetzt mach Richtig 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 So, jetzt kann er hier hoch eigentlich Jetzt machen wir das noch mit auf Jetzt können wir hier durch Oh, wow, wow Da können wir jetzt mehrere aufmachen Den auch noch hier Hier gibt's nichts Also hier kommen wir nicht lang Hier gibt's zwar noch ne Tür Das ist die Tür nach draußen Hier muss er hoch, glaub ich Oder? Ja, Bruder Hier musst du hoch Jetzt gucken wir mal, was da hinten noch ist Hier müssen wir, denke ich, mal lang Genau, hier geht's zum nächsten Punkt Und hier, was ist hier? Hier ist zu Hier kommen wir also nicht weiter Der ist umsonst Und hier drüben müssen wir lang Okay, das ist schon mal geil Ich glaub, da muss ich wieder auf ihm hochklettern Warte mal, ich kann dich vielleicht auch direkt hier durchholen Ich weiß nicht, ist hier irgendwo was zum Aber wo müssen wir dann lang, wenn wir hier sind? Da oben wahrscheinlich nicht hoch Aber da kommen wir doch niemals hoch, ne? Ich muss mal an ihn hochklettern jetzt, da Komm, komm, komm Schön wieder hochklettern So, Digga Jetzt müssen wir irgendwie gucken, wo wir wieder jetzt hinkommen Hier rüber vielleicht Du kannst doch niemals so weit springen Ich würd sagen, da oben in die Höhle, aber Was machst du jetzt? Weißt du selber nicht, was machst, oder? Warte doch mal, geh doch mal weiter Wir müssen hinten hoch Der muss aber erstmal noch mit herkommen Der muss hier richtig rauf So, Digga, komm mal her jetzt Komm mal her So, hier sind wir glaube ich richtig Nein Mann, warum springt er denn da runter, Mann? Ey, echt wahr Es ist einfach eine Katastrophe, dieses Spiel Ey, 60 Euro ist rausgeschmissenes Geld für dieses Spiel Für diese Sauart Steuerung Steuerung Das ist einfach so Unsauber wie sonst was Jetzt können wir wieder eine Stunde warten hier Komm, Digga, mach hin Wir müssen da hoch zum Wasserfall jetzt, so denke ich Das ist der Kollege, der muss halt kommen Und komm Digga, hör auf zu jaulen, komm her Und komm Boah, ist der immer so langsam Komm her So Jetzt müssen wir da hoch springen Rechts Da muss der Zoo springen, Digga Komm, da rüber Wahrscheinlich tut er sich jetzt wieder schwer Da rüber springen Will er wieder nicht jetzt Warum auch immer Digga, nicht angreifen, du sollst da rüber springen Da rüber springen Da rüber springen Ich glaube, der weiß gar nicht, was er machen soll Schon wieder maßlos überfordert Man, du sollst doch keinen angreifen, Mann Du sollst da rüber springen, Mann Spring halt doch jetzt da rüber, Mann Da oben hin sollst du Kurz mal beruhigen, ich weiß nicht, ob das was bringt Da hoch Ich kann ihm Befehle geben, wie ich will, Leute Er macht nix Da rüber oder springen, er macht nix Da rüber, komm Er dreht sich auch nicht richtig Er ist schon wieder in einer völlig falschen Position Da rüber, genau Da rüber, so jetzt springen Ja, komm Los, komm Ja, komm Guter Junge, guter Junge, guter Junge Komm, spring jetzt Geht doch Geht doch, Digga Nach 100 Stunden So muss das Na, endlich Schön Komm, wir haben mal wieder ein Fässchen für dich Weil du so lieb bist Hier, komm her Kriegst wieder ein Fass Da Schön Jetzt muss ich aber irgendwo wieder hier rein, ne Da oben Da oben muss ich wieder rein Jetzt ist der Kollege Nummer hier irgendwie Hier wieder hoch Das kann er wahrscheinlich wieder nicht machen Der peilt ja noch nicht mal in welche Richtung Oder jetzt Doch, jetzt Komm Sehr gut Sehr gut So, und jetzt Spring mal runter Geh mal an Land hier Wie eine Ritualstätte Oder irgendwie sowas hier Keine Ahnung Auf jeden Fall müssen wir da jetzt eigentlich durch Eigentlich Aber man kommt da wohl wieder nicht durch Müssen wir erstmal wieder einen Weg finden Okay Okay Müssen wir mal schauen Okay, Freunde Wir machen erstmal Schluss mit der Folge Ich bedanke mich fürs Zuschauen Ich hoffe, euch hat das Ganze wieder mal gefallen Lasst doch bitte Feedback da Abonnieren nicht vergessen Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt Natürlich, liken wäre auch sehr nett Und ihr könnt das Video auch sehr, sehr gerne teilen Ich bedanke mich fürs Zuschauen Haut rein Bis zur nächsten Folge von The Last Guardian Servus The Last Guardian The Last Guardian The Last Guardian The Last Guardian